Hallo, willkommen hier zu einem ganz speziellen Video und zwar möchte ich jetzt ein bisschen Promotion für einen wunderbaren Grafiker machen. Und zwar ist das der liebe Kanal SerionTV. Der hat mir auf meinem Kanal diesen saugeigen Background gemacht, erst nochmal danke dafür. Wenn ihr unbedingt mal einen richtig qualitativ hochwertigen Design haben wollt für euer Kanal, könnt ihr bei ihm anfragen. Er macht diese Sachen umsonst, man muss also nichts bezahlen, aber man muss ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Ich glaube, das sind die 1000-Abo-Grenze, muss man erreichen, dann macht er euch einen Background. Seine Arbeit ist wirklich unglaublich gut, es geht auch verdammt schnell, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Er schreibt zum Beispiel in seinem Formular, dass man seine ganzen Wünsche äußern kann und er geht auch wirklich auf jeden einzelnen Wunsch ein. und baut wirklich einen richtig geilen Channel-Kanal zusammen, also für das Design natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt, das ist wirklich eine sehr gute Arbeit, die er da gemacht hat für mich. Freundlicher Kontakt vor allem und er geht wirklich sehr auf die Wünsche von euch ein. Falls ihr einen Background haben wollt und die 1000-Abo-Grenze erreicht habt, könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Ähm, ja, wie gesagt, er macht Bombenarbeit und ich denke, dass ich ihn auch so des Öfteren mal wieder verwenden werde, falls ich mal einen neuen Background brauchen sollte, beziehungsweise einen Partner-Background, falls ich irgendwann mal Partner werden sollte. Dann werde ich mich an ihn richten und nochmal vielen Dank dafür und checkt unbedingt sein Kanal, lasst ein Abo da, er macht wirklich brillante Arbeit und ja, das war es dann auch schon mal mit der Sache. Und ja, ich bedanke mich nochmal sehr an den Kanal, link ist in der Beschreibung oder in meiner Channel-Box auf meinem Kanal oder ich verlinke ihn hier irgendwo in dem Video, das kann natürlich auch sein und dann werdet ihr mal vorbeischauen, hoffe ich doch, oder ich zwinge euch dazu, einfach mal bei ihm vorbeizuschauen. Okay, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, checkt ihn aus und ja, bis dann, tschüss! , bis dann, tschüss!